... ist aus meinen Schultern. Ich rette, was ich retten kann und verändere es so, dass ich es auch tragen würde. Ich habe ein paar Strickbündchen gefunden, die erinnern mich an die Jacke auf dem Foto. Das wird ein Rollkragen. Und diese tennisballgelbe Kordel wird eine Zugschnur. Hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Oh mein Gott, es ist viel besser. Es ist mir egal, ob ich gewinne, denn ich werde nicht verlieren. Das ist doch cool, oder? Richtig cool. Designer und Designerinnen, ihr habt heute nur noch eine Stunde. Wie geht es euch? Mehr nicht? Beeilt euch! Ich war schon immer extrem hart zu mir selbst. Nach dem Motto, du musst die Beste sein. Meine Eltern wollten immer, dass ich in allem, was ich tue, hervorragend bin.